Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In diesem Video möchte ich eingehen auf den Kommentar von Eva. Eva hat geschrieben, dass sie mit 27 Jahren todkrank gewesen sei und die Professoren, also die Ärzte, die Mediziner, die Fachleute, sie schon abgeschrieben hatten. Und dass sie aber zu sich selbst gesagt hat, nicht ich bin krank, sondern nur mein Körper ist krank. Und dass sie es tatsächlich geschafft hat, dass sie überlebt hat, nicht nur, sondern vielmehr auch, dass sie so offensichtlich nicht mehr krank war. Und sie hatte eine wahnsinnige Motivation. Das hat sie auch in einem weiteren Kommentar nochmal erklärt. Sie hatte Kinder und diese Kinder waren klein und der Ehemann war Analphabet und sie hatte keine andere Wahl. Sie wollte diese Kinder selbst erziehen, damit sie, so hat sie geschrieben, kluge und vernünftige Menschen werden. In diesem Kommentar steckt eigentlich alles drin, worüber wir hier auf diesem Kanal immer und immer wieder reden. Und der auch wirklich, ja, der auch wirklich die, ja, das, also der Beweis, der Beweis dafür ist, dass es den Schöpfer gibt. Und der Beweis auch dafür ist, dass wir eigentlich gar nichts wissen. Dass wir maximal 0,1% oder 1% oder 2% von dem wissen, was sich tatsächlich abspielt. Und Eva ist mal wieder der Beweis dafür, dass es, na, wir nennen das immer Wunder, dass es Wunder gibt. Wunder gibt es jeden Tag. Wunder gibt es immer wieder, ne? War, glaube ich, auch ein Titel von einem Lied. Es sind keine Wunder. Es hat zu tun mit unserer eigenen Seele, mit der Kraft unserer Seele und auch mit den Herausforderungen, in die wir stecken. Wie oft sagen Ärzte, da ist alles hoffnungslos verloren, da geben wir noch maximal ein halbes Jahr. Und da leben diese Menschen noch 10, 20, sogar 30 Jahre manchmal weiter. Und die Ärzte sagen, das ist ein Wunder. Ich habe ein solches Wunder in der eigenen Familie. Ich habe eine Freundin, sie hatte die Diagnose Krebs. Und man hat ihr gesagt, die Brust muss amputiert werden. Da muss eine ganz, wir wissen diese, ganz schlimme Therapie hin. Und sie hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Man hat ihr gesagt, dann werden sie tatsächlich nicht länger als ein halbes Jahr leben. Sie lebt, sie ist glücklich, sie ist gesund. Sie hat all das, was die Ärzte ihr gesagt haben, das hat sie nicht gemacht. Vorsicht, allergrößte Vorsicht. Ich sage hier absolut nicht, absolut nicht, dass ihr nicht machen sollt, was Ärzte sagen. Wir brauchen Ärzte. Wir brauchen Schulmediziner. Wir sind auch von der Medizin her, von der Wissenschaft her auf einem sehr, sehr hohen Niveau, ja, was unsere Welt betrifft. Aber es gibt auch immer wieder diese Ausnahmen. Wie erkenne ich das? Wie erkenne ich, was ich tun kann oder tun soll für mich? Ja, wie erkenne ich das? Das erkenne ich einzig und allein dann, wenn ich mich auf mein sogenanntes Bauchgefühl verlasse, wenn ich mich auf meine Intuition verlasse. Und wenn mein Bauchgefühl sagt, ja, es ist besser, wenn ich all das tue. Oder auch meine Angst, ja. Manche Menschen haben so viel Angst, dass etwas schief gehen könnte, wenn sie nicht das tun, was die Ärzte sagen, dass sie auf jeden Fall das tun sollten, was die Ärzte sagen, weil die Angst sonst stärker wäre. Bei Eva war es so, dass sie gesagt hat, das darf nicht sein. Die Ärzte sagen, ich hätte keine lange Lebenszeit mehr. Sie haben mich aufgegeben. Aber ich akzeptiere das nicht. Der Schöpfer ist bei mir. Der Schöpfer ist meine Sicherheit. Und er wird mir helfen, dass ich meine Kinder, weil die Kinder mich brauchen und weil es so sein muss, dass ich meine Kinder zu vernünftigen Menschen erziehen kann. Es kommt immer darauf an, aus welcher Ausgangsposition ich heraus agiere. Agiere, nicht reagiere. Wo wir immer wieder darüber reden, dass nicht das Reagieren aus der Angst heraus etwas tun, sondern das Agieren. Natürlich, wenn ich eine solche Diagnose bekomme, dann habe ich natürlich erstmal allergrößte Angst. Und dann ist es wahnsinnig schwierig und dann brauche ich auch wirklich eine ganz, ganz große Sicherheit, eine wahnsinnig große Verbindung auch zum Schöpfer, damit ich das durchstehen kann. Wenn ein Arzt mir sagt, wir müssen sie aufgeben, es gibt keine Chance, wie groß ist dann die Angst? Ja, keiner von uns möchte sterben. Jeder von uns möchte leben, möchte so lange wie möglich hier auf dieser Erde sein, weil wir sind verbunden mit der Materie. Wir sind verbunden mit den Dingen, die wir haben, mit den Menschen, die wir haben und mit den Menschen, von denen wir glauben, dass sie uns brauchen. Aber wenn ich denn kleine Kinder habe und ich weiß, diese Kinder brauchen ihre Mutter jetzt. Das, was die Ärzte gesagt haben, lieber Schöpfer, bitte, lass das nicht zu. Ich vertraue dir zu 100%. Ich gebe mein Leben in deine Hände, weil ich weiß, dass du für mich das Richtige tun wirst. Und ich weiß, dass meine Kinder mich brauchen. Und ich weiß, dass ich genau das möchte. Ich bin hier noch nicht fertig, aber ich lege die gesamte Verantwortung, ich lege mein gesamtes Leben in deine Hände, denn ich habe dieses Vertrauen. Ich habe diese Sicherheit. Und dann passieren das, was wir nennen Wunder. Wie gesagt, jeden Tag passieren Wunder. Dass wir morgens aufstehen dürfen, dass ich hier noch bin, Videos machen darf, dass Sie hier sitzen, zu Hause und sich das Video anhören, vielleicht bei einer schönen Tasse heißen Tee. Das ist das Wunder. Das ist das eigentliche Wunder. Dass es unsere Erde gibt mit all den schönen Pflanzen, mit all der schönen Natur, mit den traumhaft schönen Tieren, mit den wunderbaren Menschen, von denen ganz, ganz viele in der Negativität gefangen sind. Das sind nicht die Menschen. Das ist das, was sich draußen angeklammert hat. Das ist diese Negativität. Und das fehlende Vertrauen, das fehlende Wissen, dass es den Schöpfer gibt. Und das ist auch jeden Tag wieder, wo wir hier darüber reden, unsere Aufgabe, wie Eva es auch so toll beschrieben hat, wie ich in meiner eigenen Familie ein Beispiel habe und wie meine Freundin es auch gezeigt hat. Sie sagt, mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich das tun muss, was ich tun möchte. Und dass ich in diesem Fall, in diesem Fall, ja, in diesem Fall meinen Weg gehe. Natürlich hat sie schon einiges gemacht, was die Ärzte gesagt haben, ja. Sie hat auch die Operation durchgeführt, durchführen lassen, um den Tumor zu entfernen. Wir brauchen, wir brauchen Ärzte, wir brauchen Wissenschaft, wir brauchen Schulmedizin. Aber wir brauchen gleichzeitig auch das Vertrauen. Das, was da passiert, das lässt der Schöpfer ja zu. Und ein Arzt, ich habe allergrößten Respekt vor jedem einzelnen Arzt, vor jedem Hausarzt, der bei Nacht und Nebel aufsteht und zu seinen Patienten hingeht. Vor jedem Zahnarzt, der in meinem Mund rumfuchtelt und die kaputten Zähne rauszieht, unter Betäubung, damit es nicht wehtut. Und vor allen Dingen auch vor jedem Chirurgen, der zum Beispiel an einem offenen Herzen oder im Kopf, am Gehirn, im Gehirn ein Aneurysma rausnimmt. Was für ein Respekt, was sind das für Experten, was sind das für Fachleute. Und ich kenne übrigens Chirurgen, solche kenne ich, ich kenne einige Chirurgen. Ich kenne einen Chirurgen, der mir immer wieder sagt, nicht ich operiere, sondern der Schöpfer operiert. Er ist in mir, er leitet meine Hand. Ja, das ist die Sicherheit. Und deswegen ist er auch Chirurg geworden. Weil er sagt, ich weiß, das ist mein Beruf. Das ist meine Rufung. Das muss ich tun, um hier Menschen zu helfen. Deswegen bin ich hier zurzeit auf dieser Erde. Einzig und alleine aus diesem Grund. Aus keinem anderen Grund. Und deswegen, wir leben in der Materie. Wir brauchen all das, was wir hier auf Erden haben. Und das ist auch das, was ich immer wieder sage, wenn jemand sagt, ja, aber ich gehe jetzt gar nicht mehr zum Arzt. Klar, wenn ich mich gesund fühle und nichts habe, dann brauche ich auch nicht zum Arzt zu gehen. Wir brauchen aber Ärzte. Gleichzeitig brauchen wir das Vertrauen in den Schöpfer. Das Vertrauen in die Quantenphysik. Wie Eva hier so toll geschrieben hat. Sie ist ein Wunder. Und es gibt ganz viele Wunder. Und es gibt jeden Tag die Wunder. Jeden Tag neue Wunder. Jeden Tag neue Wunder. Weil ich, obwohl mir mein Bein so wehtut, obwohl ich es gebrochen hatte, obwohl ich meinen Fuß gebrochen hatte, kann ich ihn heute wieder zu 99% ganz normal bewegen und benutzen. Auch das ist ein Wunder. Wir sind Wunderwerke der Schöpfer. Wir sind Wunderwerke der Schöpfung und des Schöpfers. Er ist immer bei uns. Er verlässt uns nie. Und er zeigt uns natürlich auch immer wieder, was er kann. Was er kann, wenn wir ihm vertrauen. Und deswegen bedanke ich mich auch heute, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und ich hoffe, ihr habt einen traumhaft schönen, sehr, sehr erfolgreichen Tag. und wir sind in der Mittag.